Ich krieg doch nicht! Fass bitte mit Anna! Aber sie hat einen verletzten Arm, sie können sie nicht anheben! Geh jetzt von der Straße runter, hier wollen Leute zur Arbeit! Hier müssen wirklich alle Arbeit machen, merkst du das nicht? Das ist mir bewusst! Ich muss auch eigentlich studieren! Du musst für die Frau in Ruhe! Lass es in Ruhe! Lass es in Ruhe! Mach doch gar nichts! Ich kann sie doch gar nicht angefassen! Ich verstehe, dass ihr zur Arbeit musst, aber Gewalt ist ja nicht die Lösung! Versteht ihr das gar nicht? Das ist ja wirklich so grün! Das ist physische Gewalt! Lass es in Ruhe! 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 Lass die Menschen! Lass es in Ruhe! 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 Das ist auch schwierig, weil die sehen dann nur, ich komme mit der Arbeit, ich komme ja nicht durch, ihr behindert uns, deswegen nicht das große. Die stehen zehn Meter weiter, aber wir steigen gar nicht aus dem Auto raus. Ich verstehe auch nicht, meine, die wissen ja, dass ihr das jetzt macht und wollen sie nicht einfach sagen, mein Chef, was soll ich machen? Warum geht es ja auch gerade? Wollen sie gegebenenfalls auf ein kleines Statement machen, was sie davon halten, oder es ist zu viel? Ja, was soll ich davon halten? Klar, an sich die Sache ist schwer für die Leute zu verstehen, weil sie in dem Moment natürlich nur, immer das Thema ist das beste Argument gegen Klimawandel, ich muss arbeiten, aber ich verstehe, ich verstehe den Hintergrund, ja, ich verstehe, aber die Leute sehen in dem Moment nur ihre Ruhe kreis. Vielen Dank. Ja, also ich finde es echt super gut.